Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K17, meine Karriere. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen, die Battle Royale hat Manu Thiele gewonnen und hat mich als letzter eliminiert. Und dafür will ich natürlich Rache. Okay, damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem Match gegen Manu Thiele bei Main Event. Quasi werden wir die Rechnung begleichen gegen ihn. Ja, natürlich will ich dafür Rache haben, dass er mich besiegt hat letzte Woche. Damit kann ich nicht zufrieden sein, damit bin ich auch nicht zufrieden. Und ja. Mein Fokus ist da, ihr seht schon. Manu, du wirst platt gemacht. So. Oder er macht mich einfach platt. Das ist auch natürlich möglich. So. Hafenelfen Suplex, wunderbar. Ja. So und. Wunderbarer Suplex. Ja, ja komm. Ja. Ich weiß, es bringt zwar nichts, weil ich diese Sachen nicht freigeschalten, aber ein bisschen Anreize müssen wir ja auch. Und. Okay, jetzt müssen wir ihn attackieren. Jetzt müssen wir ihn attackieren. Ganz wichtig. So. Zack. Power Slam. Zack, 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 zack. Nein. Das hat Manu gut gesehen. Oh. Nein. Okay, guter Jim Suplex. Einmal noch schon was drauf, ne? Ne, Spaß. So. Muss ich so, ganz klar. Oh, ja. Traum haben wir schon, ne? So. So, komm rein. Ich warte auf dich. Wie willst du denn, Referee? Gut. Da konnte ich natürlich sehr, sehr schnell kontern. Oh. Wunderbar. Au. Und was sagt er jetzt? Ne Powerbomb? Ja. Eine gute Powerbomb. Jetzt geht er schon wieder rein. Was soll das denn? Manu. Komm mal, raus. So. Und Pile. Driver. So was. Ne, geht der Moff. Okay. Kinshasa. Bisher eine Aktion, die ich, glaube ich, seitdem ich den Finisher hier so eingestellt habe, noch nicht gezeigt habe. Wurde auch Zeit. Du wachst du da die ganze Zeit, Manu, hä? Wer denkt, wenn du bist, nur weil du wie wir eh-kommentator bist, meinst du wärst ein besserer Wrestler? Ich mal. Gut, äh, ich glaube eher nicht, dass Manu das Wrestling, also... So wirklich, Wrestler sein, anstreb ich den mal, ja. Kommentator sein, wer, denke ich mal sein. Ja. Traum ist zu bleiben? Vermutlich mal. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht, ob er sich mal so ein Interviews, man sich so geäußert hat. Boah, was für Munzoll, Leute. So. Und. Ja. Im guten Schindskinder Kamur-Style. So. Elbow-Job-Job-Funk-Ziel nicht ganz. So. Bam. wunderbar oder seht ihr schon wie schnell wir nicht oben sind so Orsenaktion was für eine Aktion Lucky 13 natürlich wollen wir damit auch ein bisschen treffen schwächen wahrscheinlich würde er nicht da aufgeben das ist die Beute bewusst und das hat letztlich einfach nochmal an vielleicht gibt er ja auf so okay Manu kontert das nochmal fragt mich nicht was ich da gemacht habe okay er wollte ich den Starland dazu nicht ganz funktioniert Oster vor super plex und dann noch in den Falk in Aero war dann Aktion von Seth Rollins geholt Omo da muss diese Kommission nicht sehr sehr geil also ich weiß selber so Jürgen zu plex Oh Gott Kontert der denn noch eiskalt da kontert der denn noch eiskalt eiskalt wie ne Hunde schnauze jawohl so okay okay come on Stun na was war es ist komm 1 2 und der kick noch aus was für ein Sack das ist was für ein Sack okay komm noch ein paar Schläge hier so ein Schlapp komm mal rein komm mal rein und nochmal die Aero können es nicht war er machte noch diesen kick oder machte noch diesen Springboard Move zur Laufel finisher Brain Buster wenn er hat ihn so gelassen oder er machten sich definischer ist auch geil also Brain Buster wenn die Buster aber auch ein guter normaler Move das auch so German Suplex wunderbar Manu Tide und nochmal Jao das ist vielleicht ein Superkick ansetzen so und Superkick und das war es kaum wenn der Röpfe noch nicht nur halb schon rumläuft ist klar ist doch klar dann kick der Nord und den Finisher verwendet das geht noch während dem Signature malerweise gibt's nicht muss uns danach her und anschließender Style Slash nee der konnte dennoch Nein in Brain Nein nee ist kein Brain Buster ist kein Bremen was ist einfach nur ein Suplex jetzt jetzt will er den Brain Buster zeigen jetzt will er den Brain Buster zeigen wollte zeigen wollte zeigen aber zu spät so zack und dritte und jetzt kommt dein final blow f5 und das war's come on 1 2 3 jawoll das war's wir haben wir haben nicht besiegt Manu Thiele ist besiegt die Rache von der Battle Royal ist uns geglückt mit einem 5 Star Match natürlich ist nicht alles gelungen aber den Brain Buster konnten wir zumindest kontern und das ist doch perfekt ja der Phenomenal One hat gewonnen 18.000 Punkte durchschnittlich 4,3 gut kann man machen sehr schön sehr sehr schön durchschnittlich 4,3 so gut Kalisto hat gegen John Cena gewonnen haltet euch das fest Kalisto hat gegen John Cena gewonnen das ist doch der Wahnsinn okay Night of Champions die Woche Triggerverkäufe alles klar ähm okay oh ja waumma komm hauen wir mal rein dann haben wir es durch haben wir das schon mal geschafft das andere denke ich mal werden wir noch nicht schaffen aber wir haben ja noch die nächste Folge da haben wir es denke ich mal drin oder in der übernächsten da werden wir es auf jeden Fall haben Und ich nur mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder Bis dann, haut rein und ciao